Hey, Roxas! Oh, und wenn du das Gelernte üben willst, haben wir die Holo-Mission für dich vorbereitet. Holo-Mission? Ja, damit kannst du bereits abgeschlossene Missionen noch einmal erleben. Sykes wird dir irgendwann keine Mission mehr erteilen. Mach dir deswegen aber keine Sorgen, du kannst die Mission später erneut probieren. Wähle einfach im Hauptmenü Holo-Missionen aus. Durch Installieren einer Waffentafel veränderst du diese. Sie erinnert Aussehen und Fähigkeiten. Man kann nur eine Waffentafel je Waffe installieren. Jede ist ein wenig anders. Probier alle aus. Dann machen wir mal Tafeln und dann machen wir mal den Expertenmodus und dann machen wir dafür mal das weg. Und dann haben wir einen Waffenbutt. Ja, eine Waffe ermöglicht schnellere und längere Bodenkombinationen. Sehr schön. Und dann bin ich glücklich mit. Deine Aufgabe ist klar, besiege herzlos und sammle Herzen. Oh, Dorn weiter. Das wird nichts, du Würstchen. Hier, nimm das und mach, dass du wegkommst. Ah, man kriegt dir also ab und zu was geschenkt. Eine Potion. Vergiss nicht, deine Waffe vorzubereiten. Hast du nie das Bedürfnis, etwas Dummes und Beeindruckendes zu machen? Warte, ich habe eine Idee. Nein, ist wieder weg. Heute bekommst du deine erste echte Mission. Frage Zeigst nach momentan verfügbaren Missionen. Als erstes wähle er eine Mission aus der Liste. Nun findest du Missionsbesprechungen, äh, die eine Missionsbesprechung statt. Sieh dir mit dem Dingensbummens die Zusammenfassung und die Ziele an und drücke dann ab und die Mission zu Beginn. Wir haben nur die Mission 7, sammle Herzen in Twilight Town. Und damit ist das Tutorial jetzt durch. Besiege gemeinsam mit Axel Herzlose in Twilight Town und sammle Herzen. Das Tutorial ist vorbei, wir bekommen quasi noch so einen Tutorial-Abschluss. Diese Mission ist abgeschlossen und danach geht's richtig los. Unsere zweite Mission zusammen. Ja. Hey, laber mich nicht voll. Bist du bereit, oder was? Was? Oh, ja. Du besiege Herzlose und sammle Herzen. Auf geht's. Schauen wir uns mal zuerst hier um. Herzlose? Hallo? Keine Herzlose. Wieder raus. Herzlose! Aber ihr verliert ja keine Herzen, die Schattenmöchen. Das wurde uns ja bereits gesagt. Oh, da ist noch einer. Dann gehen wir da weiter. Eventuell sind die Unten der Herzlose. Aber auch hier ist nichts los außer eine Truhe mit einer Potion. Ansonsten geht's für uns dann nach oben hin weiter. Tag, Leute. Wir können das Gebiet jetzt lange nicht verlassen. Und jetzt müssen wir alle herzlosen Besiegter haben. Die wir gerade so rumdüsen. Na, das fand ich so gut. Da sind wir schon tot. Ich hätte gedacht, dass wir mehr aushalten. Und dass wir auch mehr Damage raushauen. Aber das war irgendwie nicht so. Deswegen würde ich vorschlagen... ...dass wir den Quatsch hier erstmal mit Magie platt machen und dann trotzdem sterben, weil die einfach viel zu stark sind für uns. Was ist denn hier los? Vorher keine Herausforderung gehabt. Und jetzt sind die Gegner einfach mal übelst stark. Na also. Geht doch. Das waren einige Herzlose, aber die Anzeige dauernd ist noch nicht wirklich wieder voll. Vielleicht ist eine Truhe. Oh oh. Das ist eine Menge an herzlosen Kram. Erstmal die Truhe, ja? Potion. Die Truhe hier leuchtet, bitte. Oh. Ich würde sagen, nehmen wir gleich mal noch ein Item. Und jetzt, wo wir nochmal getroffen wurden, können wir gleich nur noch eins essen. Okay. Dann schnappen wir uns erstmal die Kleinen. Hat euch schon mal einer gesagt, dass ihr nervt? Das war sehr schön. Oh oh. Jetzt sind wir aber immerhin im Dingens-Modus. Und mehr Schaden machen. Oh, wir brennen. Das zieht uns kontinuierlich Leben ab, sehe ich gerade. Also kurz der Attacke ausweichen. Und dann eine Potion einsetzen. Und dann so. Passt. Und wir können zurück. Und wir können zurück. Das ist heute edel noch hier. Ich hätte keiner eingeladen. So, irgendwo scheint es noch herzlose zu gehen. Jetzt war das aber hier. Dann war die Mission nämlich hundertprozentig erfüllt. Bleib stehen! Du dicker Händler! Kein Platz mehr für den Spirosplitter. Dann halt nicht! Das waren aber noch lange nicht alle herzlosen. Laut Karte fehlen uns noch einige. Aber es bleibt eigentlich nur dieses Gebiet hier übrig. Sind hier nochmal welche? Oh ja. Jetzt haben wir die Mission komplett geschafft. Ja, das ist doch schön. Aktien, wir sind fertig. Wie sind sie? Wahrscheinlich... Einige Kinder, die hier leben. Hm. Also, alle sind so wie das? Was hast du gesagt? Wie gehen, um uns zu spüren. Und machen alle diese Geräusche. Ja, ja. Wenn sie ein Herz haben, dann glaube ich, das ist das, was sie machen. ...hearts. Come on, let's get some ice cream. Why? Why? Uh, well, cause... ...because we're friends. Friends? Friends eat ice cream together and talk and laugh about the stupidest things. Like those kids we just saw. Come on, let's go. Hey, Roxas. After your next mission, let's meet up for ice cream again. No fun just going back and forth between the castle and work, right? Yeah, right. We're friends, huh? ... Wir haben einen Stufenaufstieg. Und wir haben Blocken erlernt. Durch das Drücken von Y kannst du gegnerische Angriffe zurückwerfen. Leuchtsplitter, Mondsplitter... ...und... ...dund Kram halt. Na ja, Eintrag in Roxas Tagebuch. Dann schauen wir mal kurz auf unsere Tafeln. Und zwar haben wir ein neues Level erreicht. Und dann fügen wir das hier mal ein. Das erhöht unsere Stufe und man sieht oben, es erhöht unsere Stärke um eins, unsere Magie um eins, unsere Abwehr um eins und unsere Volltreffer plus um eins. Also ich glaube, da steht ja, wir haben eine achtprozentige Volltreffer-Chance. Und ja, wenn wir einen Volltreffer haben, dann machen wir halt plus neun Damage, nicht mehr nur noch plus acht Damage. Also das ist sehr praktisch. Blocken kommt auch rein, das benötigt zwei Plätze und dann haben wir noch Platz für zwei weitere Potions. Oder haben wir noch irgendwas anderes, was Sinn ergibt? Nö, können wir alles nicht benutzen, außer Potion und Äther, dann den Potion-Kran rein hier, so. Äh, aha, ja. Alles gut. Stimmt, dass du zu langsam dazulernst? Vielleicht sollten wir dich... Ja, egal. Deine Arbeit ist um einiges besser geworden. Ehrfurchterweckend, bitte nimm das hier. Ach ja, erfurchterweckend, bitte nimm das hier. Na, Heilmittel! Nummer 13, Roxas. Hier, nimm das, setz es ein, wie du willst. Äther, schenk mir alle Sachen. Los, Luxor, du auch. Wir alle brauchen ab und zu mal eine Pause. Ja, wir auch, aber erst nach der nächsten Mission. Roxas, ich habe eine Handvoll Missionen für dich. Einige sind verpflichtend, aber du bestimmst trotzdem selbst, wie viel du arbeitest. Die Reihenfolge kannst du auch selbst bestimmen. Fangen wir mit den Missionen an, die dir am leichtesten erscheinen. Einige Missionen, die du von der Organisation hältst, sind verpflichtend. Diese Missionen werden mit einem Schlüssel markiert. Nachdem alle verpflichtenden Missionen erledigt sind, kannst du im Datum voranschreiten. Oder erst die gesamte Missionsliste abarbeiten. Und die gesamte Mission zuletzt abarbeiten. Wir haben eine Pflichtmission in Twilight Town. Und eine zusätzliche Mission in Twilight Town. Und eine im Schloss des Entfallens. Dann, dass Mission Nummer 8, Mission Nummer 9, Mission Nummer 10 ist, würde ich sagen, nehmen wir das in der richtigen Reihenfolge durch, also Mission Nummer 8. In Twilight Town sind Betrachter aufgetaucht. Findet, besiege sie gemeinsam mit Laxin. Besiege alle Betrachter. Ihr seid keine Betrachter. Aber wir machen schön, wir machen merklich mehr Damage mit unserem Level ab. Und das finde ich gut. Da ist ein Betrachter. Gut gemacht, Laxin. Suchen wir weitere Betrachter. Du bist kein Betrachter. Und ihr seid auch keine Betrachter. Du bist ein Betrachter. Wunderbar. Das läuft ja sehr gut. Und da ist vielleicht der Nächste. Jetzt spammt er uns aber zu mit denen. Ja, man sieht ja unten, wie viele Betrachter wir haben müssen. Wir haben jetzt 3 und es sieht aus, als würde es noch 4 oder maximal 5 geben würde. Und da sind gleich mal 4. Und da sind gleich mal 4. Wunderbar. Wunderbar. So. Ah, das waren tatsächlich alle. Sieben Stück gab's nur. Rückkehr erlaubt. Zwei Schatzkriegen gibt's. Die sind auch beide hier. Eisen erhöht die physische Verteidigung. Ach ne, das war bei Pokémon. Was wollt ihr denn hier eigentlich? Euch hat keiner eingeladen. Liebe Schatten durch hier. Dich hat zwar auch keiner eingeladen, aber ich nehm die trotzdem mal mit. Wunderbar. Und dann müssen wir nur noch durchs Portal zurück. Und dann haben wir diese Mission auch geschafft. Da diese Mission aber nicht wirklich lang andauernd waren, machen wir glaube ich die anderen beiden Missionen auch noch, die da waren. Und dann würde ich die Aufnahme-Session für das erste Mal beenden. Weil ich heute auch noch einiges zu rendern habe. Und dann würde ich sagen, machen wir morgen weiter. Aber die beiden Missionen machen wir auf jeden Fall noch. Potion, Pyros, bitte, Eisen, Potion. Tag 16. Lungen español 1 zu Rekord. Das sind Ausgabe. Vielen Dank.